Hallo und herzlich willkommen nun zu einem zweiten Gameplay hier bei Final Fantasy XIV Heavensward mit Aquapolis. Ja ich hoffe es hat euch der erste gefallen. Das war ja zu Beginn und jetzt gucken wir mal wie weit wir diesmal kommen. Haut gerne mal Feedback rein wie ihr Aquapolis findet, wie weit ihr gekommen seid, wie es euch gefallen hat und so weiteres. Das würde mich mal interessieren und ja ich werde einfach jetzt mal gucken hier wie das diesmal so verläuft. Mal schauen, haben wir vielleicht diesmal mehr Glück als letztes mal, also gucken wir einfach mal. Ich finde das auf jeden Fall eine sehr coole Abwechslung hier so gesehen. Man kriegt ja auch interessante Loots auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Mmm. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, guck mal, da kriegen wir ja schon mal so ein Pad. Ah, schade. Okay, jetzt müssen wir gucken, welches der Tore wird der richtige sein. Super. Weil wenn wir einen Falschen erwischen, ja, wenn wir zu viele Falsche erwischen, dann fliegen wir aus der Aquapolis raus. Das hat man ja im letzten Gameplay gesehen. Aber man muss da echt aufpassen. Wir müssen halt so weit kommen wie möglich, um die besten Sachen abzugreifen, die es hier gibt. Okay. 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 Aber wie viel Liebe ich hier ne? Das brauche ich nicht. Ehm. Naja. Mal gucken. Schauen wir mal weiter. So, wieder die Zyklopen. 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 Oh, jetzt sehen wir zum Beispiel jetzt 5. Sehr, sehr nice. Oh. So, wieder die Zyklopen. So, wieder die Zyklopen. Ich glaube, der hier, der ist fies, der macht glaube ich diese Paralyse-Dinger. So, wieder die Zyklopen. So, wieder die Zyklopen. Wow, Glasfaser auch, das probt man z.B. beim neuen Crafting Gear, das ist auch nicht schlecht. Das hat auch was, ja, was die, wie hoch die Würfel, ne, wow, okay, Daumen drücken, nein, verdammt, nein, die will nicht, nein, voll böse, die wollten wohl nicht, dass wir zum sechsten kommen, naja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, ja, lasst gerne eure Feedback da, wie findet ihr Aquapole, schaut uns auch nochmal den ersten Gameplay an und ja, mal gucken, ich denke mal, wir machen auch nochmal einen dritten oder, naja, mal gucken, mal schauen, wie das auch so weiterläuft, auf jeden Fall danke und ja, bis zum nächsten Mal Leute und haut rein.